Oh, Gott, das geht schnell. Yoshi! Yoshi! Du rückst uns auf die Pelle? Wir, mein Hammer? Wir werden dich pläten, wetten. Da wollte ich dagegen. Hey Mario, bist du in da was reingetreten? Oh, hab ich scheiße an den Schuhen oder was? Eigentlich voll die Verschwendung. Au! Au! Feiercombo! Du hast Glück! Geil! Was kriegen wir dafür? Nix. Level up. Items, einen Hilf. Dankeschön. Du kannst auf doppelte Münzen verdoppeln oder alles verlieren. Willst du, ist wahr? Unklar. Oh, Gott, das geht schnell. Yoshi! 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 Level 2, Level 2, yeah! Hm. Abwehr. Kraft. Hör sich super aus. Oh, du bist mein Retter. Hier, das habe ich gefunden. Vielleicht hilft es dir ja irgendwie. Konix hier. Geil. Was war das? Hey, gib mir mehr. Ich bin gierig geworden. Da ist einer. Raus den Maul. Was ist die Prozentanzeige? Gut. Schlauch. Da wüsste ich die Power ein bisschen. Da wollte ich nicht. Da leiden wir so. Da reicht der Greenskill nicht. Ist da was? Blumen erhöhen deinen Blumenpunkt, Maximum. Und zwar permanent. Moment, mehr Blumenpunkte heißt auch mehr Spezialtechniken kaum. Also vergiss die Blumen nicht. Ja, da haben wir keine Ahnung, was mir das bringt. Wird bestimmt aufgeklärt, oder? Geht's dir gut? Oh. Volle Kopie! Bringt aber nicht viel. Aber das Game macht hier mal voll Laune. Ich weiß nicht, warum. Und nun? Buui! Oh! Ah! Nein! Wundermache halten! Komm, ich gebe dir aufs Mauer! Oh! Zwei gegen eine Zumbia! Bespucht die Sau! Was soll das? Habe ich vor, dass ich da jetzt gehe? Was ist denn du eigentlich für einen? Da ist noch was! Dann halt so! Ja, ein Pilz! Was macht diese Blume? Okay! Komm ich nicht darauf! Lass uns ein Tod in Ruhe! Perfetto! Oh! Oh! Mir war schon Angst auf Bagnet! Vielen Dank für die Hilfe! Hier und hin! Blumenkatzel! Hi! Was machen diese Blumen? Oah! Du bist immer der der die Leute wie die Leute aus Mario Kart rauszieht! Ich will dir auch Small geben. Komm. Ein Doogie. Oh, der hört bloß aus. Er kann einstecken, der Typ. Und du? Nicht so viel. Schmeißt jetzt der andere Typ die ganze Zeit mit solchen Dingen rum? Ja, anscheinend, hm? Voll die Seuche. Können wir den hier mit Blatt machen? Angriff erhöht. Ja, geil, oh. Oh Gott. Das nimmt irgendwie kein Ende. Komm aufs Maul. Nächster. Mein Hut gibt ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Aber der Teufel ist halt jetzt auch nicht. Und Tschüssikowski. Aufstieg in 9. Du kriegst auch. Soll ja keiner benachteiligt werden. 92%ches ist, aber keine Ahnung, was das mag. Ah, sekarang. Bruder, was glaubst du so? Du gehst mir um den Hammer, Bruder. Hey, wir sind heile Brüder. Nimm dich wieder auf, Mario. Der Kerl ist ein Grobian. Wir können auch ziemlich grob sein. Du rückst uns auf die Pelle? Wir um einen Hammer? Ha! Wir werden dich pläten, wetten. Da hol ich dich dagegen. Wotternehmen! Au! 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 Ey! Ich brauche einen Hüls. Ansonsten würde ich die Welt involieren. Komm! Hammerhage! Au! 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 Okay, wundervoll. Ich brauche einen Hüls. Ich brauche einen Hüls. Das war knapp. Ich brauche einen Hüls. Alter, ihr mit euren Drecks. Hammer! Bist du jetzt mal platt? Ja, endlich! So, jetzt wird's wieder fairer. Michi? Aufs Maul kriegst du höchstens. Wegen dir muss ich meine ganzen Pülte verbrauchen, du Sack. Was ist mit deinem Hammerhagel, hm? Ich steppe er ausgegangen. Oh, du. Ich schaue davon, ich hätte den Hammer. Ich hab's sowas aufs Maul. Oh, jetzt hat er wieder einen. Alter, gib wohl endlich den Geist auf. Zögert heute das Unausweisliche nicht aus. Danke. Blumenset. Oh, da liegt ein Hammer. Danke Mario, du bist schnell gelaufen. Da hatte ich überhaupt nicht aufgepasst. Zum Ballast geht es gleich hier gerade aus. Nicht mehr weit, Mario. Na nun, da liegt ja noch ein Hammer. Meiner? Äh, äh. Uiuiuiui, schau mal, siehst du das hier? Ja. Das ist offiziell Zeichen der Hammerbrüder drauf. Wenn du damit hämmerst, seht so schnell nicht wieder auf. Äh, oh. Was für ein nützlicher Fund. Nimm ihn auf jeden Fall mit. Du hast den Hammer erhalten. Äh, Momento, bin gleich wieder da. Dann rausch weiter. Wir sehen uns am Ballast. Mhm. Okay. Können wir jetzt den Hammer als Waffächer nehmen? Hölz-Pallast. Wo die Prinzessin mal gerade ist? Ich hab schon länger nichts. Bitte, schon wieder Pause? Was gibt's da drin? Ich bin Mario. Was bist du für eine? Ja. Ja. Und hüpp, und hüpp, hey Mario. Sag mal, wenn ich fleißig übe, kann ich dann irgendwann so, auch so hoch springen wie du? Ja. 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 Hey Mario, bist du unter was reingetreten? Oh, hab ich scheiße an den Schuhen, oder was? Ah, reingefallen. Arsch. ich will so einen stern haben übernachtung gefälle kostet nur drei münzen nein alles gute mario voll schön ich speichere mal 62 münzen geiler aber lass mir warten ist jetzt nicht viel oder ein alter mars schon gehört ein enkel des klugen weiße quack soll heute bei mir irgendwelche erledigungen machen gesehen habe ich ihn aber noch nicht aber du wolltest sicher selbst was schönes kaufen dann sagt man was darf es denn sein einen pilg so steht zehn pp wieder hier beliebte verbündeten aber noch nicht ich bin ja schon richtig gelaufen denke ich schon nein ich bin wieder raus männer genau rein sieht mir richtig aus mario endlich ich will sofort den kronenminister bescheid sagen wir sehen uns dann drinnen im palast ja ich bin schon im palast auf zeiten woher jetzt sind alles die prinzessin ist noch nicht zurückgekehrt der kronenminister sicher ganz außer sich versorge das ist ein scheiß palast da kann man einfach übel rumlatschen wo man will das ist eine wache und gar nichts wissen du palast keller wache ah ein toller der bin ich bin die palast keller wache entschuldige aber ohne die erlaubnis des kronen ministers darf ja niemand rein oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020